Ahoi und Hallo, hier ist wieder Salih. Die zwei Navy Seals, Joko Willink und Leif Babin, haben ein großartiges Buch zum Thema Führung mit dem Titel Extreme Ownership geschrieben. Die wichtigste Regel aus diesem Buch lautet, höre auf dich zu entschuldigen und übernehme stattdessen extreme Verantwortung für alles in deinem Leben. Hierbei liegt die Betonung auf extrem und alles. Wie würde das für dich aussehen? Nun, wenn du die Verantwortung für alles übernimmst, würdest du niemals, wirklich niemals eine Ausrede finden müssen oder jemanden die Schuld für irgendwas geben. Wirklich niemals. Nicht bei der Arbeit, nicht zu Hause und auch nicht auf dem Weg von zu Hause zur Arbeit oder zurück. Du nimmst dir vor, auf jede Situation entsprechend optimal zu reagieren und aus Rückschlägen entsprechend zu lernen, während du dich sofort auf den nächsten Schritt konzentrierst. Punkt. Das war's. Wiederhol das und das für immer. Bei der Arbeit, in deinem Privatleben, vollkommen egal. Bei der Arbeit, in deinem Privatleben, vollkommen egal. Deshalb mein heutiger Tipp an dich. Versuch für nur einen Tag, für wirklich nur einen Tag, für alles, was in deinem Leben geschieht, die volle Verantwortung zu übernehmen und daraus entsprechend zu lernen. Anstatt die Schuld bei anderen zu suchen. Meinst du, du schaffst das? Schreib es mir gerne in die Kommentare und lade dir gerne das Arbeitsblatt zu diesem Video herunter. Schenk mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Somit sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich Tschau und Ahoi. Dein Salih. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.